das Spiel ist sogar auf Deutsch mal sehen wie sich der Ger-Jub sag ich schon äh dub hier so sich schlägt englisch ist ja meistens immer ganz nett und ein Tutorial wäre vielleicht nicht schlecht gewesen ok da hinten muss ich hin aber ich hoffe die Aufnahme spielt auch mit also grafikmäßig siehts ja gar nicht schlecht oh da hat es mich erwischt da hat es mich erwischt aber wir scheißen einfach mal drauf aber ich hoffe echt dass die Aufnahme flüssig läuft